Musik 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 Ja, hi! Das ist eine wichtige Wahl Auf der Studio Ja, auf der Studio Warte mal kurz Wo ist Marcel? Achso, er kommt ein, er kommt Okay, dann werden wir das mit ihm mal Ihr macht da drüben schon die eigene Lightshow, habe ich gesehen Okay Das ist eigentlich du rein, ne? Genau Cool Mal, haben wir uns so aus Standort, das schießt Ralf und Zone Ich bring ihn rüber, richtig? Genau, wir besprechen jetzt Rufi ist drin Okay Vorschein machen wir mal jetzt Refers Alles klar Kommst du direkt mit rüber? Jawohl Komm mal schnell Der ist jetzt von Kopfhörer bei dir passt Wir kennen uns jetzt ungefähr seit einem halben Jahr Und es war so, dass die Jungs wieder quasi Playbacks geschickt haben vorab Und die eben gefragt haben, ob man da mal ein bisschen noch dran arbeiten könnte Weil sie auch mit den Gesangsaufnahmen nicht ganz glücklich waren Und äh, ja, war einfach von Anfang an ganz spannend Weil, äh, die haben sehr genaue Vorstellungen, wo es hingehen soll Und man kann mit ihnen einfach auch sehr, sehr zügig arbeiten Die haben ihre Trackings sehr gut vorbereitet, die Sätze sitzen gut Und es war auch Spaß In wie recht merkt man es mit der Arbeit, dass man mal interessant hat? Also ich muss sagen, ich habe es direkt natürlich mitbekommen beim Vorgespräch Wo er einfach auch sehr aufgeregt war Und war dann völlig wach, dass ich in dem Moment, wo ich hier Playback einschalte Und ich merke war es Ich hatte keinen einzigen Take bei der Gesangsaufnahme Wo haben sie irgendwas drauf gemacht? Also wirklich ganz klar in Situationen, in der wir uns unterhalten Wo er auch ein bisschen einfach, glaube ich, dann aufgeregt war Und das ist, wenn ich da nicht ziehe Und das ist, wenn ich da nicht ziehe Und das ist, wenn ich da noch mal ein bisschen mehr Freude nehmen soll Kann ich mal zeigen, ob du die Geste machst? Okay Ich gebe euch gleich noch mal ein Zeichen, dass wir beim Refrain ein bisschen mehr aufblühen Das ist, was wir jetzt machen, brauchen wir eigentlich nur die beiden So, wie sie da sind, ist das nicht schön Einfach die Kopfhörer vielleicht noch ein bisschen so rumhängen lassen, ja? Ich muss nicht wieder rein, dann muss ich noch mal ein paar Sachen machen Ich muss weitern, ja? Ich werde wieder auch gar nicht Ähm Okay Wir wollen auch geben, halt nur den Trocken bleiben Ja, bitte den im Raum Alles Moment Haltest du Okay Deine Hand noch mal raus Jetzt sage ich, das ist oft die Schönerung dabei Optisch ist doch viel schöner da Weg Und kommt Und Okay Die Die Alles Untertitelung des ZDF, 2020